Hi Leute, herzlich willkommen hier auf dem Überraschungsei-Kanal. Heute haben wir wieder drei Eier und wir haben drei unbeschriftete Eier. Das heißt, da könnte was ganz seltsames drin sein. Und ein blaues, ein rotes und noch ein blaues. Ja, fangen wir den blauen Ei einfach mal an. Ja, Peppa Pig, was meinst du, was könnte drin sein? Ja, der Peppa Pig weiß das nicht. Wow, was ist das denn? Das werden doch nicht etwa ziemlich coole Schlüssel an Eier sein. Ja, tatsächlich, ein Schlüsselanhänger. Das sieht ziemlich gut aus. Dann haben wir hier einen weiteren Schlüsselanhänger. Star Wars. Wow. Ja, wer mag kein Star Wars, oder? Mag doch wohl jeder. Na gut, vielleicht nicht wirklich jeder, der hat ja schon recht, aber die meisten mögen es. Und auch das hier erinnert mich irgendwie an Sesamstraße. Oder ist das wirklich Sesamstraße? Peppa Pig. Na gut, Peppa, such das nächste Ei aus und du entscheidest dich für das rote. Dann nehmen wir das rote Ei. Mhh, ein rotes Ei. Gut, was haben wir drinne? Nein, doch. Da sind drei Fische drin. Ein schwarzer Fisch, ein blauer Fisch und ein lila Fisch. Der schwarze Fisch ist schon ziemlich cool. Ein blauer Fisch. Ja, was wird das sein? Ein Delfin? Na, könnte ein Delfin sein. Und ein lila Fisch. Das sieht nicht aus wie ein Delfin. Das ist bestimmt ein Walenfisch. Ähnlich wie auch der schwarze Fisch. Genau. Na, wo bist du? Er hat sich hier zwischen den Blumen versteckt. Tatsache. Ja, zwei Wale und ein Delfin. Das ist noch eine tolle Sache. Tolle Ausbeute. Und wir haben noch ein drittes Ei. Und das dritte Ei. Das wird jetzt auch noch aufgemacht, gemeinsam mit Peppa Pig. Ja, ich weiß, Peppa Pig ist eigentlich George. Aber ich nenne ihn trotzdem Peppa Pig. So, und was haben wir hier im dritten Ei? Ein Löwen. Ja, das mächtigste Tier im Tierreich. Ziemlich cool. Er hat so eine weiche Mähne. Kann man jetzt gar nicht sehen auf dem Bild. Das ist aber ziemlich tolle Sache. Das erinnert mich an die Peanuts. Genau. Und? Ja, was ist das? Ein Bär mit Mütze. Das wird doch nicht Bruno der Problembär sein. Okay. Ja, Peppa Pig, dann roll mal ein bisschen auf. Mach deine Wiesenlandschaft wieder sauber. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und das nächste Mal vorbeischaut, wenn wir gemeinsam mit Peppa Pig wieder Überraschungseier auspacken. Tschüss und bis dann.